Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme Let's Play Together Portal 2 mit mir und der Mar. Hallo. Halli. Und leider müssen wir hier das Level 9, was wir eigentlich schon geschafft haben, nochmal wiederholen, weil der Ton hat richtig aufgenommen, aber das Video ist jeweils nur da aufgenommen worden, wo ich unterbrochen habe, das heißt also quasi nur die Pausen. Und das passte zeitlich nicht ganz zusammen, sonst hätte ich es ja eventuell noch online gestellt, aber so, nee, also kommt jetzt ein Level, was wir eigentlich schon mal hatten. Und also, wenn wir es jetzt nicht sofort und auf Anhieb schaffen, und wir haben beim letzten Mal so verkackt in dem Level. Das stimmt. Wir haben uns so bescheuert dusselig angestellt, das gibt es gar nicht. So. Ui, hier geht's, aua. Ui. Irgendwie so war das. Achso. So, ne? Mhm. Ich glaube, du musstest da oben jetzt eins hinsetzen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und, äh, vermutlich... Da. Ja. Und jetzt musste ich, äh... Erstmal noch gar nichts, erstmal weitergehen. Da musste ich was machen. Ne, du musstest was machen. Du musstest hier den... Hier den... Mhm. Okay. Ui. Schon dabei. Und jetzt musste ich den, den. Ah, okay. Und bist du durch? Dann jetzt den. Ja. So, und, äh... Oh. Ah, okay. Hier mussten wir rein. Ja, man sieht, wir haben ja echt schon Übungen und Routinen, ne? Das ist echt... Wir haben das schon... Beim ersten Mal, wir haben bis hierhin, haben wir schon mal eine Stunde gebraucht. Ungefähr. Äh... Ja. Ach ja, man kann ja hier quasi... Äh... Kann ich da... Den da... Wollen wir hoch? Juhu! Hoch! Hoch, hoch, hoch! Denk dran, musst du gleich wieder umsetzen. Dein, äh... Scheiße, wohin? Ah, das war... Da ist das Portal da, zum Beispiel, genau. Aua. Aua. Bist du noch da? Ich bin noch da. Wo müssen wir denn jetzt hin? Äh, da runter. Genau. Ja, ich hatte gerade, ähm, ein Getränk in der Hand. Ach so. Äh, deswegen war ich jetzt nur mit einer... So, jetzt müssen wir irgendwo anders hin. Ähm, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir hin mussten. Ah. Da hinten, glaub ich, oder? Ich glaube, man musste da reinspringen. Da müssen wir da hin. Kann das sein? Ich springe immer rein, ne? Ja. Wiii! Jupp! Was ja völlig gemein ist, weil da rechnet man nicht mit, dass man irgendwo runterspringt. Muss ich jetzt noch irgendwie wieder Portale? Nee, gerade nicht. Im Moment nicht. Okay, dann hoch da, hoch da, hoch da. Hier geht's hoch, hier geht's hoch. Lalalalalala. Jetzt müssen wir einmal... Juhu! Hallo! Hallo, Freunde! Hallo! Äh, so. Ach, die war zu. Und du meinst da hoch? Ich glaube. Okay. Muss ich irgendwo ein Portal setzen? Nein. Nö. Ich glaube, wir sind sicher. Wir sind total safe. Safe, safe. I am so safe. I am saving. Ah, okay. Und jetzt begann das eigentliche Fiasko beim letzten Mal. Ja, genau. Es begann das eigentliche Fiasko. Wir haben uns hier mit diesen hier angelegt. Und dann haben wir geguckt und überlegt und gedacht und gegrübelt und studiert. Und dann haben wir da unten und alles Mögliche ausprobiert, sind hier 85 Mal erschossen worden. Bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass ich da unten ein Portal machen kann. Äh, zack. Und auch, äh, irgendwo anders noch. Da. Ja. Und dann könnten wir da nämlich locker reinspringen. Zack. Und die können uns nichts mehr. Wir haben so lange gebraucht. Wir haben, ich weiß nicht, wie oft wir das versucht haben. Das war... Ah, das ist so schade. Das ist so schade. Dass die Folge weg ist. Es ist so schade, schade, schade. Schade, 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 schade. So, jetzt... Jetzt muss ich mal gucken. Da unten hin. Irgendwo muss ich ein Portal machen und irgendwo du. Ja, also ich muss hier hin. Das weiß ich. Okay, dann mach mal. Juhu. Ich muss irgendwo... Oh, oh, oh. Und möglichst schnell. Da vorne. Da, 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 da. Oh. Okay. Ah, genau. Wir hatten das erst quer. Genau. Mhm. Na ja, das ist ja nicht so schlimm. Ist ja nichts passiert. Hä? Was ist denn das jetzt? Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat. Doch. Das macht voll Spaß. Wie man gerade gesehen hat. Ach, da müssen wir lang. Okay. Also nochmal. Ähm, den da machst du und den da mach ich. icke. Und komischerweise sind jetzt hier die Schussgeräte nämlich weg. Ja. Warum auch immer. Was total traurig ist. Ja. Ich hätte mich ja gerne nochmal unter Beweis gestellt. Zufrieden? Mhm. Gut. Und runter. Und jetzt müssen wir nur gleich aufpatzen. Das ist auch tatsächlich vom Spiegel so gewollt, dass man es genau so macht. Ja. Weil erst jetzt kann man nämlich da hinten ein hinsetzen und wird trotzdem nicht getroffen. So. So. Jetzt müssen wir hier nur noch eine komische. Ich glaube die war hier irgendwo. Ne. Hier ist der Rechner. Wo ist die? Die Disco hier hinten. Die Disco. Die lag auf dem Boden. Ne. Auf dem Schreibtisch. Okay. Ich mach dir Platz. Hier. Komm. Sorg dafür, dass wir wieder zerstört werden. Mach es doch. Mach es doch einfach. Jawohl. Super. Toll gemacht. Klasse. Hier hätte es noch einen anderen Aussicht gegeben. Ich bin mir ganz sicher. Aber wir haben keine Zeit mehr, das rauszufinden, weil wir wieder zerstört werden. Ja. Ah. Ich renne mal weg. Ich will nicht zerstört werden. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich verstecke mich hier hinterm Schrank. Oh. Scheiße. Zu spät. Toll. Mann. Ja. Und jetzt begehen wir, betreten wir wieder Neuland. Wir haben übrigens in diesem Fall für diese Folge, für dieses Level, für diesen Abschnitt nur sechs Minuten gebraucht. Das ist ja ungefähr nur ein Viertel von dem, was wir beim letztes Mal gebraucht haben. Ein Zehntel von dem, was wir beim letzten Mal gebraucht haben. Oder so. Das ist echt irre. Und jetzt kommt... Und jetzt kommt... Vielleicht findet ihr eine neue Versagerstrecke. Blöde Kuh, ey. Echt mal. Ob wir auch am Ende des Spiels das Vergnügen haben, die alte auszuschalten? Ich hoffe doch. Oder bleibt das hier... Da oben müssen wir hin, ne? Ja. Jetzt kommen nämlich die Bewegungsgele. Ich gehe mal davon aus, du bist da irgendwie hingekommen. Ich folge dir einfach. Hui! Zang! Pong! Aua! Au! Springt er mir auf den Kopf. Gibt's ja wohl nicht. Man kann jetzt auch einfach so lachen. Das ist ja auch cool. Mhm. Okay. Okay. Hier geht's nicht weiter. Hier? Da? Ja. Da? Ja, ja, ja. Ich komme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind es nur. Hm. Aber das sieht aber... Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Komm, trau dich. Ich trau mich nicht. Ja, jetzt erst mal posen hier. Äh, ich kann das auch. Boah. Cool, war auf einer Hand. Mhm. Auf einem Arm. Ah! Ich sagte, das sieht nicht gut aus. Shit! Huhu. Hm. Es sah so aus, als ob es nach unten geht. Ein bisschen. Hast du Singleplayer mal durchgespielt? Ja. Das ist cool, wa? Ja. Als Singleplayer finde ich richtig... Am besten finde ich ja den, der dann irgendwie krank geworden ist. Der, der krank geworden ist? Ja, der ehemalige Chef dann. Der war ja dann noch irgendwie... Ach so, ja, ja, ja. Ähm, wie heißt er? Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles, rein wissenschaftlich betrachtet, völlig sinnlos. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie der hieß, aber... Cave Johnson. Cave Johnson. Aber der war cool. Ah, wir hatten den gleichen Gedanken. Vollende Dusse. Ich geh mal gucken, was hier so passiert. Okay. Oh. Cool. Da platscht was runter. Hm. Kannst du da jetzt bestimmt hochhüpfen. Ist das das Sprunggel? Ja. Hui. Control halten, um springen zu vermeiden. Ich will da springen. Ach so, du wolltest jetzt hoch, ne? Entschuldigung. Ja, ich will da wohl hoch, ne? Hier ist noch ein... Hier ist ein... Jetzt kommt oranges Gel irgendwo raus, vermute ich mal. Nee, da kommt auch noch ein Applaus. Ja, da musst du da wohl hin. Oder du? Einer von beiden. Und einer muss sich hier draufstellen. Okay, dann... Warum muss sich da einer draufstellen? Weil sonst der Fahrstuhl da hinten nicht runterfährt und man dann da nicht hochkommt. Na gut, dann gehe ich da hoch. Okay. Ui, jup. Ich bin oben. Ich fach hoch. Von dir werde ich zerquetscht. Nein. Ach, hier geht's hin. Mhm. Okay, dann werde ich dich doch mal rauslassen. Kommt du auch raus? Das ist aber sehr nett. Oh. Ausnahmswahl. Waren versehen. Wie jetzt? Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Oh shit. Ach. Jetzt werden wir auch noch so weit getrennt voneinander demontiert. Oder sind das nur Fahrstuhl? Das sind nur Fahrstuhl. Und Falllöcher sind das. Nicht mal Fahrstühle. Ach du Scheiße. Falllöcher finde ich doof. Ja. Also Minecraft-mäßig müsste man jetzt unten durch einen Block Wasser fallen. Oder zwei oder so. Dann würde einem nichts passieren. Aber hier hat man ja die tollen Schuhe an. Nee, hast du gar nicht. So aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests... ...lesen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen. Weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Ich finde das ja geil. Ich bewundere gerade, hier hast du das mal gesehen. Hier oben die Befestigung dieser Fallschächte. Ich meine, da fällt man durch so kilometerlange Hightech-Rohre. Und dann sind da so popelige Winkel oben dran an so einer Pressholz... ...Pressdingens-Pappe. Ja. ...Platte. Das ist schon geil, oder? Mhm. Ein bisschen Baumarkt-Flair hier, ne? Und wie genau funktioniert es eigentlich, dass die Klappen wieder zugehen, nachdem man durchgefallen ist? Vielleicht hier so ein Spannkummi noch drin gebaut. Ah, das könnte natürlich sein. Und sind die sogar geklebt, die Kästen? Die sind sogar geklebt. Ich halte das nicht aus. Keith Johnson, was? Cave Johnson. Cave Johnson. So wie die Höhle, Johnson. Ah, Cave. Mhm. Okay, da kann man doch bestimmt ein Portal setzen. Wohin? Das weiß ich noch nicht. Irgendwie soll man ja hier hoch... Da oben vielleicht. Ah. So, ist vielleicht eine gute Idee, oder? Und was muss man da jetzt genau machen? Muss man einfach nur durch die Barriere springen? Ich mach das mal, oder? Probier's doch mal. Hui, ich bin dir gefolgt. Mhm. Stell dich mal hier drauf. Stell dich mal da drauf. Ich bin da drauf. Ich steh da drauf. Ich steh voll auf die Platte. Ey, auf die Platte, da steh ich voll. Okay, kommt man irgendwie da hinten hin? Wir könnten uns bemühen, zum Beispiel hier. Aber das wird nicht gehen. Das wird so nicht reichen. Vorher hast du ein Ding jetzt her. Ach da. Da hinten. Überraschung. Ich hab eine Überraschung für dich. Juhu. Tata. Äh, ich versuch mal was. Da und, nee, da komm ich ja auch nicht hin. Oder komm ich da hin? Kann ich da hinspringen wohl? Das wird man nachher... Nein, da kannst du nicht hinspringen. Hat nicht geklappt, oder? Nee. Ach, na ja. Bis hierhin kommst du aber ja. Klatsch. Autsch. Knapp daneben. Tatsächlich, da ist so ein Spanngummi dran. Echt? An den Kisten, ja. Ich hab dir da mal so eine Röhre hingesetzt. Ja. Ich weiß nur nicht, nee, die hilft mir ja nicht viel. Wenn du da reinspringst und dann macht man die Röhre irgendwo anders hin. Keine Ahnung. Aber irgendein Sinn muss das da haben, oder? Ja. Also ich gehe einfach davon aus, das ist richtig. Aber warum gehe ich davon aus? Hm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oben ist nichts, da ist nichts. Hm, wo müssen wir jetzt hin? Du bist schon mal in der Röhre. Und jetzt? Hilft dir das auch nicht, ne? Nee, dann kann ich jetzt hier bis ans Ende der Welt. Nee, nur bis da. Oh, ich kann auch weiter. Echt? Hm, weshalb du machst jetzt das Portal weg? Hatte ich nicht vor. Doch, hier ist gleich vorbei. Hier ist ja das Ende der Testkammer. Ich lass dich mal runter, oder? Ja. Ah, geht nicht. Okay, du bist irgendwie, glaube ich, kaputt gegangen. Ja, ja, ja. Pass doch mal auf dich auf. Ist ja wohl nicht wahr. Auha, durch eine Ohre. Ah. Ah, klingt gut. Ah. Aber du gehst gleich durch irgendwie so ein... Ach so, vielleicht. Ah. Hat das jetzt was gebracht, irgendwie? Nö. Aber, mach das mal... Kannst du das auf das andere da setzen? Nee, leider nicht. Da komm ich nicht hin. Da hin? Geht nicht? Nee, da komm ich ja nicht hin. Hier ist ja die Barriere. Ah. Also, ich hab keine Ahnung, wo das gelandet ist. Aber, wie ist denn das, wenn du das jetzt nochmal machst? Jetzt? Mhm. Nö, auch nicht. Ähm. Das ist aber auch die einzige Stelle, wo ich was hinsetzen kann, glaube ich. Hm. Okay, wir stellen uns wieder gut an. Das ist schon mal in Ordnung. Hm. Äh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Mach nochmal. Du sollst ja nicht rumhüpfen wie so ein Nikolaus-Osterhase. Ja, ich hab geguckt, ob ich vielleicht dann irgendwie da irgendwo drankomme. Hm. Aber nö. Wir haben da jetzt jede Menge... Äh, machst du nochmal? Nochmal? Äh. Ja, jetzt ist... Guckst du... Guckst du hier. Wie sieht's aus? Oh ja, das ist doch eine gute Idee. Sieht gut aus, oder? Ich komm mal dahin. Oh, ich hab ne Idee gehabt. Cool. Ach, ist das schön. Ich konnte auch mal was. Juhu. Juhu. Oh. Hm. Hat noch nicht gereicht. Mach dich nochmal kaputt. Nö. Wie, nö? Aua. Okay, dann mach dich halt kompliziert kaputt. Verdammt. Was denn? Nix. Alles ist gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt. Machst du nochmal das Glibberportal an? Ja. Bäh, Glibber. Wee, Platsch. So, jetzt soll das gehen. Okay. Glaube ich. Ähm, wo mach ich jetzt mal das Portal hin? Äh, so vielleicht. So passiert nicht viel. Ich spring da einfach mal runter. Ja. Hat nicht so ganz geklappt. Bei mir auch nicht. Ach ja, zwei Vollprofis bei der Arbeit. Wee, juhu. Juhu. Ich muss mich jetzt bestimmt auf die Kiste stecken. Ja, 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 schnell, schnell. Oh, vorbei. Okay, ich bleib jetzt mal hier stehen. Oh nein, kannst du den Sprungjob nicht übernehmen? Nö. Oh Mann. Oh Mann, oh. Ich soll wieder springen? Ich guck einfach, ich spring gar nicht. Ich spring. Ah. Oh, warte, 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 warte. Bisschen zurück. Oh, bitte nein, ich schaff nicht. Oh Mann. Willst du nicht lieber springen? Okay. Ich bin zu rund dafür. Ich hab aerodynamisch gesehen, hab ich einfach Nachteile. Malusse. Jetzt Kopf über. Ich stell mich schon rechtzeitig auf die Platte. Verlass dich auf mich. Ja, siehste, du kannst das. Mhm. Und jetzt? Aha. Setz mal irgendwo bitte hier ein Portal, wo ich reinspringen kann. Ja. Bin dabei. Und dann muss ich ja nur noch da reinspringen. Das ist ja gut. Kannst du jetzt da so reinspringen? Nee, 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 nee. Kannst du das nicht hier vorne gleich hinsetzen? Nein, 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 nein. Warte, da, da. Ah. Wo? Setz es nochmal. Setz es, setz es. Nein. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, das ist nicht gut. Ja, so nicht. Du musst dann schon nach vorne hüpfen. Ach so, nach vorne hätte ich hüpfen. Anderes kann ich nicht setzen. Ach so. Habu. Oh Mann. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich springe auf drei. Ja, okay. Juhu. Juhu. Und jetzt? Weiter? Ja. Und hier rein. Wop. Und wo muss ich jetzt hin? Ja, jetzt lässt du dich da hintreiben. Ich lasse mich einfach mal treiben lassen. Genau. Oh, einfach mal treiben lassen. Ach, war das entspannt. So ist es hier hoch? Ja, ich bin hier oben. Ui. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch, weniger tödliche Tests. Fächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Ach ja. Ja, das ist ein geiler Computer. Ja. Ich hätte gerne auch so ein Zuhause. Ich weiß ja nicht. Also manchmal fühlt er sich ein bisschen so an. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Ach, das ist aber nett. Doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Oh, das sieht aber hier auch komisch aus. Oh Gott. Das ist wieder so im Vorbeigehen das Portal neu setzen. Oh Gott, müssen wir da in diesen... Ah, okay. Wo ist denn mal ein Schalter? Wofür brauchst du einen Schalter? Da oben kommt doch so... Hier ist doch... Erinnern wir uns? Gehle? Ja. Sonst kommt man da oben nicht auf das Exit... Beim letzten Endes müssen wir da irgendwie hoch. Da ist der Schalter. Wo, 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 wo? Ah, da. Okay. Ich drücke dir mal. Okay. Und jetzt? Weiß ich nicht. Ich muss den Schalter drücken. Ich hab den gleich gedrückt. Ja, das hilft hier nur nicht wirklich viel, ne? Nicht wirklich, ne? Das muss doch dein Ding... Lass mich erst runter, aber deins muss weiter nach rechts. Ja. So? Vielleicht noch ein bisschen. Kannst du da reingehen, hier in den Dingen Star? Vielleicht zum Schalter? Kann ich wohl. Soll ich das mal eben machen? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, dann kann man das so... Äh... Mehr wäre weniger... Ich kann da nicht, nicht wirklich rein. Nein, ich kann daneben springen. Okay. Ich kann auch hier unten schwimmen. Ja, doch nicht. Ich stand wohl irgendwo. Hat sich genau verstanden, was die Alte gesagt hat, aber... Das macht ja nix. Ja, also ich kann hier nicht rein. Okay, aber drück mal. Jetzt kann man da exiten. Nee, nicht ganz. Hm. Oh, vielleicht mit Anlauf? Wollte ich gerade probieren. Komm doch einfach hier hoch. Das war ja einfach. Ja, ist schon wieder zu Ende hier. Mirsch. Naja, kommt noch was hinterher. Äh, ja. Ui, 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 ui. Ah. Okay, ich hab da jetzt mal das Portal gesetzt. Ui. Hä? Achso. Und dann gehst du jetzt mal durch. Wenn du mich vorbeilässt. Nö. Sind die jetzt beide von dir die Portale? Ja. Ich bin quasi durch. Hier ist jetzt blaues. Ja. Und ich bin hier hochgejumpt. Ich kann nur nicht hinterherkommen, weil, äh... Ah, Pech, ne? Ich hau da mal ab. Hier ist nämlich der Exit. Kannst du da irgendwie was hinsetzen? Nee, ne? Nee, ich kann hier gar nix machen. Kommst du allerdings hier an meine Portale? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, jetzt muss ich aber echt... Ja, hab ich geguckt, aber irgendwie... Irgendwo dachte ich, käme ich da an einem Portal. Ja, von hier aus sozusagen. Ja, ja. Achso, von da aus kann ich ja auch. Da muss ich dann jetzt mal das, äh... das da hinsetzen. Ja, oder so. Und... Das da? Äh, aua. Was machst du denn? Ich bin schon mal durchgewerfen. Das war jetzt nicht gefallen. Ich warte mal, ich kann das zweite auch hier hinsetzen. Du müsstest aber nochmal den Schalter drücken vielleicht. Ja, da komme ich nicht dran. So. Okay, dann drück ich ihn jetzt nochmal. Und dann gehst du wieder zurück. Ja, wie so, ich kann doch einfach durchgehen, oder? Ach nee, hilf mir. Nee, 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 du kommst hier nicht hoch. Nicht? Da ist doch jetzt eine Fläche. Reicht das nicht? Das kann... Weiß ich nicht, ob das reicht. Ich bin... Bei mir war die Fläche auf der Barriere. Achso. Ja, dann geh ich nochmal zurück. Das wird aber jetzt wieder problematisch, glaube ich. Ja. Drück den Schalter, renn zurück und sag, sobald du soweit bist, Bescheid. Mhm. Jetzt? Okay, jetzt kannst du durchgehen. Ha. Boah. Ob das so gedacht war, weiß ich zwar nicht, aber... Das war bestimmt so gedacht. Ich glaube, es gibt nicht viele alternative Lösungsmöglichkeiten bei diesem Spiel. Meinst du? Kommst du dich immer endlich hin? Keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken. Doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Wie auf der letzten? Wie, sind wir schon durch? Nein. Nein. Wir sind doch jetzt erst bei vier? Maximal vier. Das könnte... War das zwei? Das war drei, glaube ich, ne? Ja. Dann kommt jetzt vier. War das erst zwei? Nee. Das war schon drei. Aber, wir werden gleich, wenn wir angekommen sind und Glados geredet hat... Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Hm, vier kommt jetzt. Ja, wir haben jetzt 25 Minuten, 48 Sekunden. Ich glaube, ich mache mal eben Stopp für heute. Schaut wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Let's play together Portal 2 mit der Sommer und der Mar. Und bis demnächst dann einfach... Tschüss. Tschüss. Oh, Knuddel. Ciao. Tschüss.